So, hallo ihr Lieben! Und zwar haben wir heute mal einen ganz, ganz komischen Anfang. Ich will euch mal was zeigen, was nicht allzu oft vorkommt, nämlich ein Naturphänomen. Und zwar das Dauerdonnern. Also es donnert hier jetzt schon schätzungsweise eine halbe Stunde, ohne auch nur eine einzige Unterbrechung, mal lauter, mal leiser. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich bin jetzt einfach mal still und vielleicht könnt ihr das genauso wahrnehmen wie wir hier. Natürlich ist es hier viel massiger, als es bei euch jetzt rüberkommt, aber es ist total seltsam. Die Atmosphäre muss hier unglaublich geladen sein, und zwar ringsherum. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass man hier irgendwie, man sieht nicht einen Blitz, man hört einfach nur permanentes Grummeln. Ich glaube nicht. Also ich gucke jetzt mal noch aus einer anderen Gebäudeseite. Und ihr merkt, da donnert es immer noch. So, und hier ist es halt einfach das Gleiche. Ja, alles grau, kein Blitz. Aber eben Dauerdonnern. Also total faszinierend, muss ich sagen. Keine Ahnung, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Oh, ich glaube gerade ist die erste. Nein, doch nicht. Ja, aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Oder könnt ihr mir das erklären, wie das ist, ob die ganzen Blitze hier oben in der Atmosphäre sich irgendwie entladen, wobei das ja unlogisch ist. Aber gut. Haut mir mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, was hier gerade ab geht. Also,應ak glücklichare werden diese Agora. ultimo, mich vers Ziel cheit David Quéger.